Hitze und wenig Schatten. Die Sommer in unseren Städten werden immer heißer und belastender. Grüne Infrastruktur hilft Städten dabei, sich an den Klimawandel anzupassen. Die höheren Lufttemperaturen in Städten und der damit verursachte Hitzestress für die Menschen kann durch zusätzliche Begrünung abgemildert werden. Gerade in den dicht bebauten und stark versiegelten Bereichen von Bonn fehlt es oft an großen Flächenpotenzialen. Hier ist es daher umso wichtiger, die Dächer und Fassaden von Gebäuden zu nutzen. Auch finden sich selbst im innerstädtischen Bereich immer wieder versiegelte Flächen, die entsiegelt werden können. Entsiegelte Flächen speichern Wasser für Trockenzeiten. Immer häufiger gibt es im Zusammenhang mit dem Klimawandel Starkregenereignisse und lange Trockenperioden. Dachbegrünungen und Entsiegelungen tragen Zurückhaltung von Niederschlägen bei und entlasten die öffentliche Kanalisation. Dadurch wird der natürliche Wasserkreislauf gefördert. Dachbegrünungen können auf sehr unterschiedliche Art und Weise ausgeführt werden. Je größer die Schicht des Pflanzsubstrates, desto vielfältiger die Auswahl an geeigneten Wildblumen, Stauden und Gehölzen. Gebäudebegrünungen sind außerdem Lebensraum und Nahrungsquelle für Vögel, Insekten und andere Tiere. Auf diese Weise tragen sie zur innerstädtischen Biodiversität bei. Entsiegelung ist mehr als ein Beitrag zur Klimaanpassung. Eine Begrünung von Gebäuden und Grundstücken steigert auch die Aufenthaltsqualität und verschönert die eigene Umgebung. Wir beraten Sie gerne. Das Förderprogramm begleitet Sie auf dem Weg zu einem grüneren Lebensumfeld und mehr Freude.